So, meine lieben Leute, ihr kennt das Problem, ja, Setup ist noch nicht ganz wiederhergestellt, weil ich ja mehrere Parts pro Tag mache, von daher ist die Kamera noch da, wo sie ist. Dadurch lassen wir uns aber in der Tat nicht aufhalten, sondern zocken einfach fresh weiter. Blaue Förderbänder, check, nehmen wir die nächsten Montagemaschinen, damit fahren wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und wir können mal eben gucken, ja guck mal, die ersten Tränke stauen sich doch sogar schon. Ich meine, was will man denn mehr im Leben, oder? Ist doch perfekt, da hauen wir dann noch gelbe zu und dann ist alles gut. Trotzdem haben wir noch dieses vermaledeite Problem, wie, wo, wann ich Substations herstelle. Das kotzt mich minimal an, minimal. Ich glaube, wir werden vielleicht einfach nochmal ein Rohstofffeld irgendwo erschließen, damit wir Substations produzieren können. Wie sieht das hier unten aus? Ich meine, hier unten haben wir Stahl und Eisen. Na, was wollen wir denn mehr? Und hier haben wir Kupfer. Dann holen wir das Kupfer da drüben und dann müsste das funktionieren. Na, ungefähr Lazy-Man-mäßig klatschen wir das so da hin. Schnibbeln das weg. Schnibbeln das weg und lassen den Rest einmal aufbauen. Das hier lassen wir einmal abreißen und... Dann sieht das gut aus. Just check, Y und Z are swapped between English and German keyboard. All other Letterman letters are the same. Ja, es ist eigentlich... ...a common problem in many games. I don't know how it is on English keyboards, but in German or on German keyboards you can simply press Alt and Shift and it will swap the localization. So, Z is Y and Y is Z. Both buttons swap the place. Ich glaube, das sollte reichen. Wir können das hier oben halt auch noch jetzt hier irgendwie mit einarbeiten. Na, können wir, wenn wir wollen. Müssen wir aber eigentlich nicht unbedingt. Ja, dann können wir so machen und dann... Honestly, das klingt nach richtig schlechten Hip-Hop, Leute. Das klingt nach richtigem Gimmel-Hip-Hop. Nach so coolen Leuten, die cool sein wollen, aber dabei so miserabel failen und überhaupt nicht cool sind. Das ist so richtig schäbiger Hip-Hop gerade, aber ist okay, wir hören uns das an. Zack, 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 zack. Ich meine, er rappt, glaube ich, über Schrödingers Katze, wenn ich das richtig mitbekomme, so am Rande. Ich bin da jetzt ja nicht so drauf fokussiert, aber... Soll er mal machen. Und so und so und so und... Irgendwie so würde das funktionieren. Ja, wir müssen mal... Ich habe auch keinen Landfill. Ich könnte natürlich auch einfach Landfill holen, so und das wäre ja auf jeden Fall die einfachere Herangehensweise. Definitiv. Aber egal. 1, 2, 3, 4. Wir brauchen einen 4 auf 4 Balancer, der dürfte eh ausgewählt sein. Und den upcyceln wir dann einmal. Dann ist gut. 1, 2, 3. Das ist so Nerd-Hip-Hop. Das ist so ganz komische Musik irgendwie, man. Ganz im Ernst hier. Jetzt rappen sie über die Comic-Con. So what the fuck. Ich muss mir dabei so, äh, so... Ganz komische Menschen vorstellen. Ganz komische Menschen. Das ist gar nicht mal böse gemeint, aber irgendwie ist das ein bisschen creepy. Äh, das hier... Das hier will ich haben. I learned German at school, so I may be a bit slow, but carry on. Is fun to understand as much as possible. Man muss dazu sagen, ich rede halt auch relativ schnell. Tatsächlich. Ich kann, wenn ich mich zusammenreiß, auch langsam reden, aber das ist halt so entgegen meiner Natur. Hallo, Weltenesser. Ich grüße dich. Ich grüße dich. You know, Igblen, productivity is a language that is spoken in any country, so I think just by watching Factorio, we can connect. By the way, if you didn't... I will, I will, I will, um, speak German. I will, uh, carry on and speak German, so you might be able to pick up one or two things. Ähm, ich bin dabei, die Achievements freizuschalten. Und es fehlen tatsächlich noch ein paar Achievements. Hauptsächlich sitzen wir gerade an dem No-Hand-Crafting-Achievement, also Lazy-Bustard, beziehungsweise auf Deutsch faule Socke. Und, uh, ich habe keinen, hm, ich muss ja noch mal loschatten hier. Ähm, komm her. Ja, na, deshalb Rakete muss in den Himmel. Rakete muss in den Himmel. Rakete muss in den Himmel. Wir können ja mal eben, wenn sie hier bauen, gucken. wir haben hier noch offen nicht mehr viel nicht mehr viel alle technologien okay wohl dazu brauche ich dann später einen zug anders geht's nicht glaube ich ich weiß nicht ob man es mit atom rakete schafft aber ich glaube man braucht den zug dann brauchen wir blaue chips okay das wird automatisch passieren mehr oder weniger die können ja auch mal antworten hier das würde automatisch passieren wobei wir toll nehmen wir nicht anders ist tatsächlich bisschen doof solarpanels ich weiß nicht genau wie viele solarpanels wir brauchen leider ist hier kein status balken das wäre tatsächlich hilfreich wenn man hier eine übersicht hätte und genau das ist das einzige was wir halt nicht mehr schaffen werden aber alles andere wollen wir eigentlich in diesem run fertig bekommen ist auf jeden fall mal unser ziel alle achievements außer das mit der lokomotive was do you mean pb what is pb i don't know what this stands for personal best ah okay you mean record for speedrunning your own speedrun record is five hours and a half was pretty good actually ordinator nein bleibt doch hier ordinator ich hab dich doch bloß nicht gesehen ich war gerade auf dem klo hallo ordinator bleib hier oder ich bin traurig willst du dass ich traurig bin ordinator das wollen wir doch nicht ein trauriger seno konzentriert sich nicht sehr gut bei faktorium wir brauchen förderbänder wir brauchen stromasten wir brauchen erzförderer wir brauchen montagemaschinen und wir brauchen öfen und die nato nicht gleich eingeschnappt sein das ist ein bisschen unfair na aber bitte gerne doch wer der zeitdruck nicht da gewesen jetzt auch ein bisschen anders ausgesehen noch so ein bisschen eleganter wo wollen wir hin ich brauche hier holzkiste das kann da rein ich weiß was ich auch mal festbrennstoff den können wir auch einmal reinschmeißen wo wir die förderbänder das nicht konservieren geht auch ohne die emotion möglich möglich stromasten dann montagemaschinen das sollte tatsächlich reichen aber hier den spaß den lassen wir uns nicht nehmen und die schmeißen wir noch mal also ich habe hier meine müldkiste beschmerzen und nochmal eben rein weg 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 rest lassen wir die kanal weg weg erst nehmen wir mit greif arme nehmen wir noch mal ein paar die blauen und dann geht es weiter und da oben müssen wir noch mal unsere lasertürme aufbauen hilft ja nichts jetzt ist rollover doch aus dem lerp verdammte axt nochmals hast du dich verraten das ist ja auch deine einzige möglichkeit ich meine die kontrolle darüber was du bekommst hast du nicht so läuft es ja mal nicht und immerhin hast du brav danke gesagt von daher ist das schon okay so wir brauchen noch erzförderer hier die habe ich doch glatt vergessen ich meine wir haben noch 40 oder so im inventar aber das ist halt auch nicht die welt deshalb nehmen wir mal 100 mit okay jetzt ist die frage was zuerst erst oben die lasertürme reparieren aber das ist so weit im norden habe ich eigentlich keinen bock drauf wir werden erst mal die substations herstellen große frage dabei ist das sollte knappen weil ich muss das netzwerk darüber ziehen weil die substations brauchen wir ja dann oben in der basis da wo wir die solar panels hin klatschen möchten außerdem hast du nicht auch irgendwas von nutz gesagt eben im chat ja oder waren das wieder leere versprechungen rammst du mir wieder von hinten ein dolch ins herz in dem du mir keine nut schickst nur von glatt rasierten persischen katzen schlimm ist das alles geheimcode für geldgeschäfte ich muss eh noch mal einmal nach oben das hilft ja nichts ich muss nach oben wir brauchen ja tatsächlich die scheiß öfen ohne die öfen komme ich halt auch nicht so weit naja gut dann geht es halt einmal aufwärts wir brauchen elektrische öfen naja ich muss gar nicht so weit die linie hier also ein paar brauchen wir brauchen das ist schon zum gucken hat es gereicht aber zum schicken bist du dir zu fein anzeige ist raus wenn das die internetpolizei erfährt wenn das die internetpolizei erfährt ich war gerade kippen holen es ist schlimmer wieder die käme zu holen ich habe die kippen dankeschön ich bin nicht auf dem weg zurück machen wir so hier hin immer schöner aufräumen hinter sich jetzt können wir loslaufen zack 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 das läuft wir haben eigentlich so alles stahl ist da scheint so als können wir ruhig noch mal ein bisschen mehr stahl produzieren hier als hätten wir dann noch ein paar kapazitäten wir sollen die mal eben raushauen der fresh princess ne fresh princess von spandau also wenn du denkst das wird keine konsequenzen haben herzlichen glückwunsch so wir brauchen mehr eisen 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 das kann ich noch gar nicht erforschen hier machen wir weiter ja es geht mit dem bau robotern schon ein bisschen schneller aber so wirklich super fix geht es noch nicht wenn man selber ein bisschen mithilft ist schon tausendmal entspannter ok ich kann mit dem hip hop tatsächlich nicht mehr leben alter hat das denn verstanden ist harz und leon oder würde er sich gleich selber in die presse legen fragen über fragen wollen wir noch mal hoffen dass er gesund bleibt ich meine theoretisch müssten irgendwo roboter auf dem weg sein die das machen aber bis die da sind bin ich eingeschlafen also werden wir hier nochmal selber ein bisschen nachbessern zack 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 drop 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 und jetzt stellt euch mal vor ich hätte hier eins meiner bekannten lager eingebaut wie schön das gewesen wäre das wäre hilfreich gewesen naja jetzt ist es halt so baue ich jetzt ein lager ich bin mir nicht ganz sicher Nein, ich glaube, ich zwack mal einfach die eine Hälfte ab. So, Eisen, Stahl, Kupfer. Alles, was das Herz begehrt. Und die verdammten Substations wollen tatsächlich rote Chips. Das kann nicht wahr sein, oder? Ich baue die Dinger so selten, weil ich es halt echt nicht mag, es hat echt rote Chips. Rote Chips haben wir da. Wir haben sogar relativ viele rote Chips. Hier liegen noch... Es sind gar nicht mehr so viele. So ein bisschen neigen die sich tatsächlich schon am Ende. Wir könnten die von hier unten abzwacken. Guck mal, jetzt haben wir da unten auch Stahl, weißt du, wie ich meine? Jetzt ist da auch Stahl. Bekomme ich jetzt da das Kupfer hin? Das ist leichter, als wenn ich hier was baue. Ja, komm. Ich hole eine Kupferlane nach da hinten und dann bin ich happy. Und dann machen wir da Substations. Das ist ja alles, was ich will. Ich will ja momentan nur Substations haben, damit ich ein bisschen weiterkommen mit meinem wunderbaren Solarpanels. Also, gehen wir hier lang. Gehen hier rüber. Kriegen gleich einen insaneen Movement Speed Bonus. Ich muss noch da unten. Falsch abgebogen. Falsch abgebogen. Volle Fahrt zurück. Äh, stopp. Na ja, lagert das alles ein. Ich freue mich. Wir wollen hier lang. Pop, 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 pop. Oh, die Höhe hat mal gepasst. Aufs Feld genau. Das ist sexy. So. So, bitte. Rein, rein. Rein, rein. Raus, 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 raus. Strom, 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 Strom. Substation, stopp. Ah, acht Stück. Und dann schmeißen wir das Ganze einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal, achtmal hier raus. Und packen das hier in diese Kiste. Oh mein Gott, geschafft. Gut. So, meine Roboports sind hier. Zack. Und damit ist das im gesamten Netzwerk, ne? Das ist mit allem verbunden, soweit. Äh, ja. Auch nach da und nach da. Gut. Und wenn ich jetzt hingehe und mir ein paar Substations nehme, müssen ja nicht viele sein, und anfange mir hier unten irgendwo mal, ähm, den Shit zu bauen. Wo sind die Substations? Da, da. So, dann machen wir. Jetzt kommt mir, ich wiederhole, nicht auf die Verhältnismäßigkeit. Verhältnismäßigkeit, scheißegal. Äh, der Grund ist ganz einfach. Äh, es geht mir nur um das Achievement. Es geht mir nicht darum, irgendwie Strom zu sparen oder sowas. Das ist mir egal. So. Äh, Snap to Grid. Absolut, ja. Gut. Damit haben wir es. Das Englisch der Skandinavia ist ganz gut. Das ist doch schon mal auf jeden Fall dann ein großer Vorteil, oder? Jetzt halt die Frage, wohin damit? So unendlich viel Platz haben wir halt nicht. Oh, und warte mal. Äh. Hass überkommt nicht. What? Oh, yeh. Weiratm. There. Oh, yeh. Oh, yehh. Oh, yeh. Oh, yeh. Oh, yeh. Eh... Oh, yeh. Moin Moin, du geiler Fabrikbesitzer! Wo sind wir das jetzt wenigstens? Das sollte funktionieren, oder? Hallo, Halli, Hallo, Loser, ich muss dir gleich was zeigen, Loser, ja, ja, ich krieg dir dann, wenn ich ein alter gebrochener Mann bin, ja komm, wir hauen mal einen hier hin, mal gucken, ob das funktioniert. Piss dich, lass mich hier durch. Mal gucken, ob das was wird, ich bin mir nicht so ganz sicher. Ungefähr so, sollen wir erstmal mit anfangen, irgendwo müssen wir in den Scheiß halt hinklatschen, weißt du? Irgendwo muss das hin. Irgendwo muss das hin. Sollen wir anfangen, das aufzubauen. Hast du das Solar mit dem Mod berechnet oder Senostandard? Nee, das ist nicht berechnet, es geht nur darum, dass ich 10 Giga Joule pro Tag an Solarenergie herstellen muss. Also es geht nur um das eine Achievement quasi, weißt du, und das da mit drin hängt. Nicht um meinen privaten Spaß dabei. Na, es geht nur darum, dass ich genug Solaranlagen dahin klatsche, deshalb machen die sich hier auch gerade alle auf dem Weg. Ich weiß gerade nicht, ich weiß nicht wie viel ich 10 Giga Joule pro Tag, Spieltag? Ja wahrscheinlich, oder? Wir gucken mal. Was sagt denn unser Strom, wenn wir jetzt hier so rauf gucken? Na, sie wachsen und wachsen und wachsen. Ein paar mehr werden das schon. Ich habe übrigens schon wieder irgendwie meine Netzwerke getrennt. Wann ist das passiert? Also ich den unten abgerissen habe. Nicht gut, ich muss da unten nochmal Strom hinstellen. Ich habe gerade zwei unterschiedliche Netzwerke, das macht natürlich relativ wenig Sinn. Und solange ich hier bin, kann ich den. Wo ist, hier, da ist der Schaden entstanden. Da. Nein, nein, ist der Seno-Standard quasi. Ist der Seno-Standard. Na, den klatschen wir da hin und dann... Ja. Ist das, glaube ich, zusammengeschlossen jetzt, ja. Wir haben zu wenig Strom. Obwohl haben wir zu wenig Strom? Ne. Wir haben nicht zu wenig Strom, weil die Akkus laden sich ja auf. Und theoretisch müssen die Solarpanel gleich auch zunehmen. Lasertürme platzieren wir gleich oben. Ja, wir laufen jetzt mal in den Norden. Lasertürme platzieren. Das ist schon okay. Nachdem wir das alles haben, dann können wir uns über die nächste Trankfarbe kümmern. 1,8 Gigajoule. Ja, guck mal, da liegen wir doch drüber. Seht ihr das? Das sieht doch gut aus. Das sieht doch tatsächlich ganz gut aus vom Strom her. Das sind jetzt 444 Megawatt. Das heißt, ich muss 1000 Megawatt herstellen für 1 Gigajoule oder... Hä? Ich weiß... Wie viel... Wie viel... Was genau wollen die jetzt von mir haben hier? Ich muss noch mal gucken. Was sagt das Achievement? Wir brauchen Solaris, äh... Hier. 10 Gigajoule pro Stunde. Okay, das ist, glaube ich, echt viel, ne? Ich kann das mit dem Umrechnen immer noch nicht, man. Zwischen Kilowatt und Joule und hast du nicht gesehen. Wenn einer weiß, wie viel Solarpanel ich brauche, soll er mir das mal bitte sagen. Mich interessiert das, aber ich weiß es halt tatsächlich nicht. So. Wie ist denn das jetzt mit den Solarpanels? Der hier sind noch 1400 Stück drin. Warum bauen sie die nicht auf? Manchmal verstehe ich die Roboter nicht, ehrlich. Da fliegen jetzt so 5 oder... Weißt du, wir haben... Wie viele haben wir im Netzwerk? Wie viele Roboter? Wir haben im Netzwerk... 2800 oder 2100 oder so, weißt du? Und warum bauen die jetzt hier unten nicht einfach den Rest auf? Warum chillen die jetzt? Und bauen sie einen pro Zeit? Das ist so... Dass wir alle erstmal auftanken müssen. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Wir lesen uns ja vielleicht oberen. Allah, das es was ist. Mal, du. du musst dich gesittet verhalten ich bin online die hören alle mit also keine geheimnisse ausklammern ich habe kein gold ich weiß und das ist nur in den platinen ja das mit den der geburtstag ja der geburtstag steht wieder steht wieder alles in richtiger reihenfolge also ich bin liquide alles ist bezahlt ich habe noch geld übrig wir schaffen das das hört sich doch ganz gut an naja dann spreche ich für die oberigkeit und dann gucken wir mal dass wir das umgesetzt bekommen das ist auf jeden fall ganz neues das wären die einzigen guten nachrichten ansonsten ich bin ich mir wurde eine verdammte aufgabe an vertraut die ich bin nicht der richtige dafür aber naja jetzt bin ich auf tag zwei dabei und habe jetzt vier stunden e-mails geschrieben und telefoniert ich komme keinen verdammten schritt weiter das hört sich kacke an das ist immer nicht so nice ist das ein job oder muss du das für einen kollegen oder ist es ein job für den kollegen was es ist es ist alles alles was ich mache ist natürlich und diese und diese scheiße ist natürlich noch viel unentgeltlicher aber ist das was man machen kann okay ja ich stehe gerade fast mit gewehr bei fuß und ich denke mir dann so man gibt ihnen eine granate die in einer woche hoch geht aber ja hier versuchst du zu entschärfen viel spaß nehmen wir noch so eine woche zeit können die auch schlimmer sein das ding ist um sie zu entschärfen brauche ich einen umzugsunternehmen oder ein spediteur und ja wie gesagt nicht so einfach ein bisschen schwierig ja aber wenn du selber anpacken dann brauchst du auch keine speditionen oder keinen keinen umzugsunternehmen das ding ist das ding ist ich da ich kann das nicht selber anpacken und es reicht nicht aus als wenn ich mit ein paar jungs zusammen trommel weil der scheiß muss versichert werden ja ok das ist ja ok da will ich einfach nur so mit jemanden mit jemand das geld nach ihm zu schmeißen und ja das ist ein problem ja du sagst es war nee das sind sozusagen die neuigkeiten das warst du dein bruder wert länger nichts tatsächlich gibt gibt es da was hätte ich da was hören sollen ich melde mich dann morgen noch mal ja ja mach das macht das ist die auserwählte morgen bei dir und wenn ja wann die dann nicht da ein kreuzteuer ungefähr sieben sechs oder sieben müsste sie aufschlagen ja das wochenende sind wir allerdings in rotenburg die kommen mich quasi noch abholen pläntchen nacht und dann geht's los ich bin auch komplett verplant ich wollte nur kurz telefonieren ja ich wollte sehen bis morgen tschüss okay tschüss so warte mal er hat mir hier das muss ich mal ganz kurz regulieren so an der fulda nee nee nicht nicht an der fulda ist das die fulda nein wümme nicht fulda wümme so aber jetzt sollte guck mal die laserverteidigung rein ich werde das telefonat so sehr gewachsen sein dass wir hier wieder ein bisschen ruhe haben denk ich mal wie weit sind sie jetzt mit den solarpaneln hier unten die panels wie penner aber pendelt das war clever sehen okay dann haben wir da noch eine hin und da noch eine hin und dann wollen sie noch mal auf den weg machen immer schön hier so ein nach dem anderen machen die sie auf die backen und wir überlegen jetzt wo wir gleich die nächste flaschen sache produzieren so und im grunde will ich noch ein ja weiß ich unten haben wir also ein Kupfer das wir noch gar nicht benutzen ich sollte da unten nochmal grüne chips herstellen grüne chips eventuell zu roten chips weil kohlenstoff hätte ich jetzt mal aber kunststoff ist ja da naja dass wir hier quasi noch mal den aufbau dahin packen hier unten dann noch mal grüne chips herstellen dann haben wir grüne und rote chips ich würde gerne sagen en masse aber das stimmt natürlich nicht aber davon werden wir relativ viele brauchen und ich glaube wir hätten hier oben auch vielleicht öl und so ja der platz wird halt tatsächlich ein bisschen eng irgendwie ich weiß nicht genau wo ich hin expandieren möchte lbsh 2005 seh nur warum kommen nur die kleinen gegner und nicht größere denke ich bei deinem fortschritt kommen sollten weil wir die evolution runtergestellt haben ne ich bin echt mit dem gedanken was hältst du von der idee also nicht dass das wichtig wäre aber deine meinung interessiert mich trotzdem so guck mal das lassen wir alles durchlaufen wir haben beispielsweise die evolution einfach runtergestellt das darf man bei den errungenschaften die wir hier freischalten alles machen die aliens müssen an sein aber sie dürfen halt extrem lächerlich schwach sein das ist quasi der der deal so ich will da hinten ja ich weiß es tatsächlich nicht aber im grunde will ich hier irgendwie das alles hinwurschteln das heißt wir brauchen noch ein bisschen platz und vor allem brauchen wir da hinten unsere schwefelsäure unsere jedoch schwefelsäure es ist und die haben wir eigentlich hier oben da sind die fässer ich bin schon fast vorbeigelaufen das heißt also und machen wir ich weiß halt noch nicht genau wo ich das alles produzieren will aber ich weiß wir werden unser chemie zeug dort brauchen von daher nehmen wir das jetzt einfach schon mal mit das muss eine weite reise hinter sich bringen ja das ist nun mal so wenn wir blaue chips herstellen wollen brauchen wir das zeug kamera schwarz ja stimmt warum ist meine kamera schwarz du hast völlig recht immerhin mal einer der bescheid sagt kleinen moment ich wechsle mal eben auf die webcam wir gehen mal kurz hier rüber warum ist die warum ist die schwarz ich starte die mal eben neu eventuell zu heiß geworden glaube ich aber eigentlich nicht verbuggt manchmal ich weiß nicht vielleicht datenkabel oder so das ding ist wenn man wenn man einmal die verbindung verloren hat lässt er sich auch nicht überzeugen wieder herzustellen bisschen nervig ein bisschen sehr nervig so ist an also das war keine frage sie ist an ich sehe mich auch aber ihr seht mich nicht müssen wir den part eben über webcam zu ende bringen zum Beispiel habe ich beides angestellt naja dann machen wir eben einmal kurz den aus und sind jetzt für den rest des parts auf der seite hier drüben und ich denke mal wir gehen mit dem schwefelsäulenzeug jetzt muss ich wieder da angucken also ungewohnt erstmal tatsächlich hier rüber und warten erstmal hier drüben und gucken dann was wir damit machen der nächste plan ist dass wir eisenstahl kupfer benutzen und einmal grüne chips herstellen vielleicht sogar zwei denn ich meine kupfer haben wir doch relativ viel eigentlich hatte ich eben auch den mit schiefen gegoogelt da hieß es etwa dreieinhalb panel aber habe noch mal nachgerechnet es sollten 600 panel schon reichen naja das kann nicht sein über 600 müssten wir schon haben glaube ich zumindestens ich muss noch mal da hochlaufen ich muss meine stromverbindung kleines bisschen anders legen ich weiß nicht ob das wichtig ist ehrlicherweise also für das achievement ich weiß nicht ob er danach guckt was wirklich produziert wird oder einfach nur was die soll zahl ist die du erreichen können sollst quasi ich hab das jetzt schief mir noch nicht noch nie freigeschaltet quasi wegen dem ein ding muss ich jetzt hier hochlaufen ich meine was geschieht denn da genau was ist denn genau die die voraussetzung hier wer würde halt helfen wenn hier ein balken wäre weiß aber es steht schon dass man es auch wirklich produzieren soll ja wir lassen es einfach wachsen dann passt das schon ich meine momentan haben wir schon tausend stück so und jetzt gehen sie auch hoch und ja die produzieren ja auch die haben ja die produzieren ja vor den engines kohle brauchen wir ja nicht ist ja egal siehst du die zahl geht runter dampfmaschinen gehen runter und akkus gehen hoch und solarzellen gehen hoch die haben priorität ist ja keine atomkraft von daher wir wissen es nicht wir werden sehen wir machen einfach immer mehr und irgendwann ist es geil wie bin ich denn hier verrutscht ist auch egal kommt da noch welche hin und dann ist gut soll sie weiter bauen sowohl hin mit dem shit wer ist noch da wir haben hier kohle 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 kupfer 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 also wir haben zwei kupferausgänge einen kupferausgang haben wir hier den können wir aber definitiv splitten und zwar auch mehrfach dann würde ich sagen packen wir hier hin einmal zweimal dreimal sollen wir das eben einmal aufbauen sollen die machen klonk 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 habe ich nicht noch ein paar baobotter und hier so ein klick mal los macht das wofür ich euch bezahlen geht das ein bisschen fix so da waren wir doch ganz gut wie kommen wir schon voran das dauert alles ein bisschen aber wir sind auf einem guten weg handcraften werden wir nicht mehr immer mehr gegenstände werden von unseren bau robotern platziert ihr könnt es nicht so sehen doch jetzt können es wieder sehen 7100 haben die roboter platziert 55.000 ich es sind schon 7200 also das geht tatsächlich schnell nach oben das sind schiefen kann man halt auch mehr oder weniger cheaten immer wieder förder wenn dahin klatscht und wieder abreißt und wieder hin klatscht und wieder abreißt und wieder hin klatscht kann man machen finde ich ein bisschen cheaty muss jeder für sich selber entscheiden aber es funktioniert auf jeden fall auch so wir können jetzt hier schon mal alles nötige anschließen naja wir haben keine förderwände mehr stimmt ja er steht da ohne ok ja das kann sein das möglich echt das wort ohne ist dann natürlich das zünglein an der waage ohne solar panels ja ok da reißen wir die dampfmaschine halt ab irgendwann ist jetzt auch kein weltuntergang aber was ein weltuntergang ist dass hier die falschen strommasten sind einer der gründe warum hier nicht wirklich gut gebaut wird das müssen wir aufrüsten es wird fröhlich weiter geforscht groß angriff aber alles wegrasiert die angriffe werden tatsächlich auch immer schlimmer also wir hatten pro zehn minuten beim letzten mal als wir geguckt haben bei den kills ach ne das geht ja gar nicht mehr du musst ja hier auf klats gehen jetzt 300 glaube ich und jetzt sind wir bei 3000 also von den faktor zehn ist die alien bedrohung gewachsen ja ja spandau spandau tülülülü tülülü 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 soo warum ist das ding da was hat das damit eigentlich auf sich ach so die können weg wer kann weg der kann weg der kann weg ok 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 dann schauen wir weiter sollen wir das eben noch alles ein bisschen aufbauen ich nehme die förderband auf jeden fall noch mal mit und die dinger hier und dann schließen wir mal an also einmal kupfer kann hier unten ran zeigen wir einmal auf ähhhhh kubfer muss hier oben rein zack 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 dann liegen wir noch einmal hier ab und einmal nach da schon habe das problem gelöst als nächstes kommt das eisen das muss dementsprechend einmal bitte da rein und einmal dementsprechend da rein und den entsprechen hier ein gut es wird gearbeitet hinten müssen wir noch ein bisschen per hand bauen beziehungsweise müssen hier vielleicht noch mal einfach ein robot hinbauen dann fliegen die auch wieder los und der rest wird gebaut sehr schön grüne chips entstehen das ist der erste schritt dann machen wir noch mal doppelt rote chips alles gar nicht so verkehrt alles gar nicht so verkehrt zack zack oben könnt ihr auch noch mal bauen das ist auch schon wieder alles aufgebaut ich weiß nicht was hier schief gelaufen ist aber ach so da war ein schlomasse im weg ja gut dann weiß ich doch was da schief gelaufen ist hier einfach weiter ganz ehrlich wenn wir dann unsere kohle vom netz nehmen müsste das eigentlich schon reichen nein die waren gleich schon 100 megawatt also ich hoffe dass das dann schon reicht ich bin mir halt nicht sicher aber wie krass kann das schon am ende des tages sein weißt du das ist meine überlegung wir werden ja nichts unmenschliches von uns verlangen so wunderbar zack 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 der rap läuft 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 dann nehmen wir den rest hier mit und dann haben wir grüne chips wir haben eisen wir haben dies wir haben das als nächstes ja ist halt die frage da wollen wir direkt blaue chips herstellen ich bin ein bisschen hin und her gerissen ja aber ich denke mal wir machen das wir werden noch einmal rote chips herstellen x2 x2 x4 x5 das kommt alles weg das kommt weg falls man das nicht so gut sieht ich bearbeite hat gerade die blau pause ja das kann auch alles weg das kann alles weg der kann weg der rest bleibt glaube ich erstmal auf speichern gedrückt haben klatschen wir so ungefähr hierhin das kommt tatsächlich sehr gut wir schmeißen noch mal eben alles rein außer unsere bau roboter dann müsste das ja auch relativ fixig gebaut werden wo sind meine probe ports können wir da oben noch einen hinwerfen da können wir einen hinwerfen ja und dann wird das gleich gebaut hier müsste alles drin sein ok wahrscheinlich auch ein bisschen dauern aber dann steht also ich habe mich schon mal drum kümmern mir noch mal neues material zu holen weil ich glaube tatsächlich wir können das mit den förderbändern hier ein bisschen werde ich alles brauchen egal wir schließen erstmal an was wir haben wir haben kupfer wir haben grüne chips plastik müssen wir haben wir noch hier runter organisieren das ist weniger das problem wir können auch zur not noch mit kohle wahrscheinlich als plastik wahrscheinlich herstellen so wir hätten dann einmal hier nur 1 und hier hätten wir nur mal 2 gut kupfer kupfer dann brauchen wir tatsächlich das ist einmal für die grünen chips mit dem plastik zusammen das heißt dann nehme ich einmal die und von hier müsste dementsprechend dann plastik kommt so plastik nach da unten nehmen wir vielleicht einfach von hier oben mit wir haben aber da noch eine zweite plastik lane tatsächlich wir gehen mal gucken nach dem plastik eben ich lasse mal meine bauroboter eben nach hause kommen wir warten mal einen kleinen moment wie sieht es mit dem solar hinten aus das wird noch teilweise gebaut sind die solar panels jetzt mittlerweile alle raus ja alles was wir da haben wird weg produziert und weg gepackt das ist okay soll kommt her dann haben wir gleich noch mal rote chips mittlerweile machen wir tatsächlich ziemlich schnell ziemlich große fortschritte muss man sagen muss es gut naja die ganzen heulsusen hier brauchen strom wissen wir bescheid ganz generell gesehen sieht strom aber super aus sind wenn ich mal halb ausgelastet roten chips hier staun sich tatsächlich auch hoch würde aber runter gehen wenn wir blaue chips produzieren das wissen ja aus erfahrung was ist da los ich plan danke sehr danke für deinen follow wie man auf deutsch sagt herzigen dank finde ich nett von dir sehr lieb ich komme hier ist immer noch plastik und mass drin wir haben genug plastik es ist ein bisschen dumm dass das so einseitig hier rausgepackt wird das halt nicht so schlau das bringen wir einmal runter und dann haben wir wieder noch mehr rote chips follow ein klassisches deutsches wort so sieht es aus genauso wie kack noob wobei das ist halt ein schlechtes beispiel so zack und förderbänder alle alle ich glaube mehr dampfmaschinen brauchen wir auch nicht mehr für den run jetzt hier hallo icebreaker mehr dampfmaschinen brauchen wir glaube ich auch nicht peace was never in option ich meine eigentlich will ich die ja eh abknibbeln aber bis wir die wirklich abknibbeln folgendes ich meine weise interesse aber können wir es ja mal leerlaufen lassen wir lassen es einfach mal leerlaufen 91 förderbänder noch ja ich gehe schon mal neues material holen das da unten wird eh alles leerlaufen wer ist der ober jack noob gute frage da fallen mir ein paar leute ein unsere förderbänder sind halt echt weit weg wir sollten die vielleicht auch mal mit einer bedarfskiste austauschen und vielleicht auch mal logistikroboter an start bringen ich meine die sind halt nicht weit weg die robot frames haben wir ich glaube die werden sogar eingelagert hatten wir die eingelagert haben wir nicht ganz sicher zwei davon alle davon ein davon davon welche davon welche das zweite mal aber ich glaube bei frost punk geht es auch übers verlieren oder geht es ums verlieren ach so loser ich wollte ja noch was zeigen stimmt pass auf wir sind hier gerade eh am ende ich stecke noch mal die items auf nehme noch mal ein paar greifarme mit und dann sehen wir uns im nächsten part wieder meine lieben freunde denkt daran gerne im oga links von mir und humble bundle links benutzen gerne bei patreon vorbeischauen gerne abos da lassen egal ob auf twitch oder auf facebook und das ganze gebettel nach aufmerksamkeit und cash und nutz und sowieso allem jetzt mal zur seite geschoben ich zeig dir mal was pass mal auf hier ich speicher mal und ich lasse euch das gerne sehen gucke mal hier gucke mal hier fällt sie auf lucky fällt sie auf außer dieser rote balken hier bei mehr games aber ja 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 sie hat deinen namen ich habe sie nach dir benannt ja ja und da wird auch gerade hin gespeichert also mehr ehre geht nicht ehre wem ehre gebührt danke nochmal dass du mir die festplatte gesponsert hast der röpster musste raus das war keine geringschätzung deiner arbeit hier